Jetzt sind Sie sprachlos, wie? Ich habe eine Geschäftsfrau erwähnt und jetzt stehen Sie vor einer Dame, die jeder Mensch kennt. Bossfong? Bossfong Telefon. Ja? Oh, das ist fein. Ich schicke ein paar Leute, die holen es ab. Ein Freund von mir hat ein größeres Geschenk an mich abgeschickt. Er sagt, es wäre im Schnellboot vom Nordhafen. Bitte holt es gleich ab. Ist klar. Sie wollten für den Boss arbeiten, also können Sie gleich anfangen. In Ordnung. Juan, du nimmst dein Chang mit und ihr holt die Sachen.